Hey dir Patient und Patientinnen, herzlich willkommen zurück im Krankenhaus im Spital hier und mit eurem Wrestler 1973 Hell yeah zu Resident Evil 3 das Remake hier und jetzt ja es geht weiter, wir sind jetzt hier, Jill ist verletzt, ja verletzt und wir sollten jetzt einen Impfstoff zusammenstellen und ich würde sagen, wie immer am Anfang der Part, ich wünsche euch ganz viel viel Spaß dabei, ja, hier haben wir mittlerweile alles kontrolliert, dann gehen wir mal weiter, was haben wir hier, oh, sehr gute Karte vom Krankenhaus, jawohl, gut, wir sind hier, okay, jetzt gehen wir mal hinein, okay, ups, blutig, blutig ist das, blutig hier, da ist auch etwas gegangen, da haben wir rot, okay, wir müssen hier kurz ein bisschen durchsuchen, was wir da Schönes haben, da stehst du sicher nicht auf, okay, was haben wir hier, eine Türe, ja, da kommen wir nicht rein, okay, was haben wir hier, etwas zum Lesen, gut, Regeln zur ID-Karte, okay, Seite 1 von 2, gut, da haben wir, was haben wir da, Sturmgewehrmunition, ich glaube, auf dieser Seite, ja, hier, okay, haben wir alles, nein, weil wir da rein, weil wir da rein nicht können, dann gehen wir mal weiter, auf den Tisch schauen, was wir da haben, da haben wir auch noch etwas zum Lesen, Seite 1 von 4, gut, gut, es ist 9 Uhr am Abend, 21 Uhr, gut, gut, Dr. Young, okay, ähm, ich glaube, wir haben jetzt hier alles auf der Tische, ja, dann gehen wir mal, ah, nein, hier, hier haben wir noch etwas, aber das können wir nicht öhm, das können wir nicht auftun, ich hoffe es, wir können dann hier mit den Schilden noch durch, okay, unheimlich, unheimlich ist das, unheimlich, gut, ähm, was haben wir hier, hier, aha, dann haben wir noch etwas Pistolenmunition, sehr gut, so, wie viele Töre haben wir da, ähm, 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 wir gehen mal hier, hier nicht zu sein, so, oh, aha, ist das für, für was brauchen wir das, kombinieren mit dem da hier, nein, jawohl, für die Stunde, gut, dann gehen wir da rüber, okay, da haben wir noch ein, das Kräutchen, sehr gut, was haben wir da, oh, das ist jetzt der Schlüssel, okay, das ist das, was wir jetzt brauchen, das ist der Innenhof, einfacher Schloss, ähm, haben wir da sonst noch etwas, wir kontrollieren selbstverständlich alles hier, was haben wir da hinten, ist das, was ist das hier, ah, da ist auch eine Kiste, wo wir nicht dazu kommen, okay, was haben wir hier, oh, Stormquernmunition, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, 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 noch eine ist hoch, ha, drange, wo da runtergefallen ist, so, oh, da habe ich gespeichert, oh, 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 ja, ich habe es gedacht, okay, Moment, 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 oh, 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 oh Fisch mich auf, Mann! 10 Schüsse! Scheichel! Der andere fällt immer noch nicht um. Was soll der Mist? Was war das? Habt ihr das gesehen, Leute? Ich gehe speichern. Aber zuerst will ich hier heilen. Ich gehe speichern. Leute, ich gehe speichern! Das ist mir jetzt sowas von egal. So, okay. Gut. Was haben wir da? Können wir das gleich kombinieren? Das kombinieren mit dem hier sehr gut. Okay. Nein! Wir haben den Schlüssel! Moment, Moment! Ganz gut, ganz gut! Wir haben den Schlüssel. Wir haben den Schlüssel. Wir haben den Schlüssel bekommen, unten im Innenhof. Wir haben den Schlüssel. Wir haben den Schlüssel. Äh, hier. Wir haben den Schlüssel. Gut. Oh! Auf mit dem hier. Gut, okay, haben wir den auch, also haben wir da schönes, sehr schön, da, gut, haben wir alles hier, nein, mal, hier hinten haben wir alles, okay. Dann haben wir alles gefunden hier, hier raus, hier haben wir eben das einfache Schloss, das können wir nicht auftun, so, dann können wir hier raus, okay, oh shit, oh shit, oh, oh, ach, Mist, und tschüss, und tschüss, und tschüss, und tschüss, und tschüss, oh, geh doch rein, Mann, ha, 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 ja, ist ja klar gewesen, ist ja klar gewesen, Puh, so, ich tue mal, noch einmal speichern, so, weiter geht's, wo bist du, Sack? Ähm, 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 ein paar Witter. Puh, Wo ist hier? Wo ist hier? Wo ist hier? Wo ist hier? Ich habe immer noch eine. Wo ist hier? Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Komm, hör doch auf. Ja Komm, hör doch auf. Ja Leute, der Part wird nicht so lange dauern wie in den letzten. Ja. So 20 Minuten bis 25 Minuten je nachdem. Ähm, hm. Jetzt sind wir wieder da. Ja. Ja. So. Ich würde sagen, wir machen zuerst einen anderen Raum hier. Das weiss ich, ob ich ein Zufall... oder auch nicht. Ja, 9-3. Wut. 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 Was ist das? Das können wir auch nicht auftun. Das haben wir hier noch. Das können wir kombinieren mit dem hier. Voilà. Hm. Jetzt, Leute. Ich sollte zwei eliminieren. Wir nehmen. Schnellzugriff. Voilà. So. Ähm. Was machen wir? Probieren wir es. Nein, 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 nein. Vergiss es. Puh. Äh. Ich gehe zuerst speichern. Nichts ist sicher. So. 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 Gehen wir weiter. Schauen wir, ob wir das schaffen. Wir sind beide mal raus. So. Wuh. Cool. Mit einer Handgranate. Cool. Weg mit dem Zeug. Munition gespart. Das haben wir hier. Ja. Yes. Das Kasettchen. Komponieren. Komponieren mit dem hier. Yes. Cool, Leute. Haben wir alles hier? Yes. Döschenkamera. Döschenkamera. Döschenkamera können wir nicht, weil... Hier haben wir... Schloss, die wir nicht aufbringen. Und hier. Genau. So. Mit der einzigen Handgranate. Zwei erledigt. Hell. Hell yeah. Yeah. So. Oh, shit, 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 shit. Oh, tschüss. Nein, danke. Blankgranate. Wo haben wir die? Hier, 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 hier. Schnell Zugriff. Da haben wir... Voila. Da haben wir alles. Jawoll. Da hier haben wir auch alles. Gut. Jetzt sollten wir nur beim anderen vorbeikommen. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Äh, weisst ihr was? Ich gehe speichern. Speichen. Mehr ist gleich, Leute. Ich speichere jetzt. So. Gut. Weiter geht's. Ähm. Jetzt muss ich gleich schauen. Wir sind hier. So. Können wir jetzt... Wow! Wow! Wauw! Woe! Wauw! Warmthin. Normaler. Wauw, gud hird. Woost! Yes, mit der Haine. Gut, das heisst, jetzt runter und zurück, soviel dass ich weiss. Ja, wohl. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, tschüss. Vergesst er. Aber ich werde die Kiste dort noch. Ja, klar. Ich werde die Kiste filmen. Oh, ich werde die Kiste. wie es ist. Gut. Hätten wir das auch. Meine ganze Munition verschwenden darf. So. Gut. So. Gut. 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 Jetzt Eingang, Eingang, Eingang Moment, von hier sind wir gekommen Gut, Kräutchen haben wir So, ich glaube Wir können jetzt den Rekord brauchen So Voilà Ich wollte doch nur wissen, warum die Dokumente überhaupt in ihrem Büro waren Was glaubst du, mit wem du redest? Ich bin Nathaniel Barth, verdammt Der beste Biologe, den du je treffen wirst, du Bettpfannen wechselnde Versagerin Natürlich habe ich Connections nach oben Natürlich berät sich das Militär mit mir zu Projekten jenseits deiner Vorstellungskraft Verschwende also nicht meine Zeit mit deinen Fragen Es, es tut mir leid, Doktor Du hast die Unterlagen nicht gelesen, oder? Nein, hab sie geschreddert, wie sie sagten Gut Gut Wenn das alles ist, kannst du zurück Patientenersche abwischen Dafür wirst du doch bezahlt Und putz meine Schuhe Ja, Sir Geht's noch? Ich wette, du bist Expertin im Putzen, oder? Jetzt verpiss dich und erzähl niemandem davon Mehr gar nicht Was für ein Arsch Jawohl Sag ich auch, was für ein Arsch Wir tun etwas kombinieren Hier kombinieren mit dem hier Sehr gut 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 Etwas zum Looten Oh, oh Oh, oh Dann haben wir noch etwas zum Lesen Seite 1 von 3 Dr. Bart Okay Was haben wir hier noch? Irgendetwas haben wir da noch Das Kräutchen Genau Okay Das haben wir auch Gut Hier ist VRC-Chef Nathaniel Bart 29. September 23 Uhr Mir ist sehr bewusst, dass mir die Zeit davon rennt Ich hoffe und bete, indem ich dies hier aufnehme und die Wahrheit ans Licht bringe Dass ich ein kleines Stück meiner Ehre retten kann All das Unheil von Raccoon City begann mit der Verbreitung einer biologischen Waffe, dem T-Virus Mein Arbeitgeber, die Umbrella Corporation entwickelte dieses Virus Und sie befallen meinem Team, einen Impfstoff zu entwickeln, was wir taten Ich bewahre Proben dieses Impfstoffs hier in meinem Büro auf, der Rest wird unterirdisch gelagert Aber diese Mistkerle im Vorstand Wollen es alles zerstören Sie wollen nicht, dass die Welt davon erfährt Also versuchen sie alle Beweise für die Existenz des Virus zu vernichten Ich bin kein Narr Ich weiß, dass sie nicht wollen, dass Aha Jill wusste von all dem Und vertraute mir trotzdem Ist der Impfstoff hier? Schauen wir mal, he? Jawohl Oh, was tun wir? Ach Moment, wir können Das können wir weg tun Voilà So, gut Okay, Jill, haltet durch Ich komme, ja Das haben wir jetzt alles, sehr gut T, ich habe ihn Gut, bin unterwegs zu dir Sei vorsichtig Vorsichtig? Hast du die Stadt gesehen? Ist ein verdammtes Wunder, wenn ich da in einem Stück ankomme Das ist, glaube ich, da nebenbei 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 Nein, wir haben ihn Sehr gut Sehr gut Sehr gut Äh, schnell Zugriff Hier, gut Oh, nicht Wow, nein Sie sind so mühsam, ehrlich Oh, sie sind so mühsam Also year So Komm schon, wie das so funktioniert? Was ist passiert? Das ist in nur einem Tag. Es sind noch Menschen hier. Glaubst du, Uncle Sam kümmert das? Scheisse! Geht wieder los. Warte hier. Ich mach das. Ich sollte mich gut eindecken. Klingt, als wären eine Menge von denen da draussen. Chill beschützend. Ja Leute, ich würde sagen, wie das hier weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Ähm... Ja, wir haben jetzt den Impfstoff bekommen, für die Chill. Jetzt müssen wir sie beschützen. Ich weiss nicht was da draussen abgeht, aber vor allem durchdrehen. Ich speichere hier sicher noch einmal. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Hier und jetzt mit eurem Wrestler1973. Hell yeah! Und... Bye bye!